Jetzt lenken wir den erst mal ab. Was? Ich hab... Au, die lass... Moin! Da finden sie eine tödliche Spritze. Hier ist auch noch was. Brecheisen, dann willst du mich jetzt verarschen. Oh, boah, das ist knapp. So, den hängen wir da auf. So, also rein theoretisch haben wir da noch Platz für ein paar weitere. Ladies and Gentlemen, Agent... äh... Bia7 meldet sich stets zum Dienst. Willkommen bei Hitman 2. Einem weiteren Versuch. Äh, dieses Video, Schrägstrich Videos, wird ungefähr so aufgebaut werden wie die letzte Folge von ETS. Falls ihr die nicht gesehen habt... Äh, irgendwo wird sie verlinkt. Irgendwo kann man das auch anzeigen lassen. Oben, oben, draufklicken. Lohnt sich. War eine mega coole Folge. Hat mega Spaß gemacht, die zu schneiden. Äh, aber jetzt Hitman. Ich hab mir gedacht... Probieren wir das doch mal aus. Ich hab das schon mal gespielt. Also, ich hab eigentlich nur... Also, die Menüführung ist mega... doof. Äh... Ne. Moment. Wo waren wir denn? Nein, das ist hinten, ne? Genau, das war der Anfang. Und das ist so hier das zweite Ding. Das zweite Level quasi. Und da will ich heute nochmal rein. Aber ich hab am Anfang gar nicht die Kraft, wie das geht. Und dann hab ich irgendwann rausgefunden, dass man in dem Level Story Missionen finden muss. Oder kann. Die dann... Dich weiterleiten und... So du dann verschiedene Wege finden kannst. Die Zielpersonen zu eliminieren. Warum erzähl ich das eigentlich euch? Ihr wisst das bestimmt alle besser als ich. Und da hab ich jetzt vier von sieben. Und da gibt's anscheinend noch drei. Und da guck ich einfach mal, ob ich die finde. Weil ich find das Level auch ziemlich cool. So mit Autorennen und so. Und Boxengasse und... Ne? Und ja, da kann... Ich hasse dieses Menü. Ach, ich muss Enter drücken. Äh... Oh, man könnte auch auf Meister spielen. Das Profi hab ich, glaub ich, gespielt. Was ist denn Meister? Einspeichern pro Mission. Keine Anleitung zur Story Mission. Oh Gott. Zusätzliche Überwachungskameras. Mehr aufpassen. Äh, Profi. Ich bin Profi. Alle Anleitungen zur Story Mission sind verfügbar. Okay. Planung. Ich kann Sachen schmuggeln. Warte mal, Schmuggelobjekt. Versteckter Vorrat. Versteckter Vorrat. Agentur. Pickup. Versteckter Vorrat. Agentur. Pickup. Oh, ne Waffe. Ich kann ne Waffe schmuggeln. Moment. Wo ist die denn jetzt? Im Bootsverleih? Ne. Oh Gott. Wo fängt man denn nochmal an? Äh. 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 Tribünen Toilette seh ich nicht. Ja. Keine Ahnung. So. Wir befinden uns am Eingang. Dieses wunderschöne, äh. Dieses wunderschöne, äh. Dieses wunderschöne. In Miami. Miami Street Circuit. Den gibt's ja, glaub ich, wirklich. Also, beziehungsweise in Miami. Da wollen sie mal irgendwie sowas bauen. Ganz ganz mal was. Leiser hier. Ich hab doch auch noch irgendwo so ein Polohemd. Moment. A few moments later. So. Äh. Das ist das einzige, was ich hab. Ich hab doch kein Polo. Und ich dachte, ich hätte eins. Ähm. Mehr hab ich aber auch nicht. Ich hab noch nicht mal, wie heißt das, was man das schwarze da rum sitzt. Äh. Anzug hab ich nicht. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch. Genau. Ein echter Agent. So. Agent 4-7 meldet sich zum Dienst. Aber nur mit Kaffee. Prost. So. Voll undercover. Undercover. Jetzt brauch ich nur so einen Knopf im Ohr. Sowas hab ich leider nicht. Es ist alles sehr dunkel. Scheiße. Es geht nicht. Doch, das krieg ich hin. Wir machen das heute mal ganz authentisch. Mit Sonnenbrille. Hemd. Es ist scheiße. Meine Güte Scheiße. Hihihi. Ah. So. Wie finde ich jetzt die restlichen Story-Missionen? Ach, die kann man verfolgen? Nein. Doch. Ach. Ich such die. Ich hab das Level zweimal gespielt. Beim ersten Mal hab ich so, da hab ich drei Jahre gebraucht. Beim zweiten Mal hab ich dann gesucht und dann irgendwann ploppt das auf. Das ist ne Story-Missionen, die man verfolgen kann. Drückst irgendeine Taste und dann juhu bist du da. Die kann man hier... Warum? Ok. Ah. Da sind auch die, die ich schon absolviert habe. Die haben... Ja, 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 ja. Okay. Der Triumph. Erfolg. Wen töte ich denn dann da? Was ist das hier? Intravenös. Nicht mehr verfolgen. Ok, ich kann nur eine verfolgen. Schade. Verfolgen. Leider sehe ich nur meine Mission nicht. Ja, das ist ja super. Ah, da hinten. Ich muss ja mal reinschleichen. 183 Meter. Moin. Ich bin ein unauffälliger Bürger. Beziehungsweise da nur ein verleger Besucher. Ich möchte mir nur gerne das Rentner gucken. Ich lasse mich füllen. Pack mir nicht... Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, ich könnte ja mal... Ich könnte ja mal... Äh... Warte mal, wo die Besuchertoiletten? Ich könnte ja mal nach den, äh... 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 Ich muss da runter. Dann kann ich mir nicht meine Waffe holen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber... Aber... So. Irgendwo hier ist... Die Story Mission. Komme ich da jetzt rein? Employees only beyond this point. Und ganz vorsichtig? Äh... Nein. Okay. Achso. Muss ich gar nicht. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Äh... Äh... F1. Genau. Maxwell Rutter, The Race Chief Coordinator, is worried that the powerful new pyrotechnics system, connected to the victory podium, is not exactly tamper proof. Sabotaging it could have devastating consequences. Well... What are you waiting for? Geil. Pyrotechnik. Ich liebe Pyrotechnik. Auf der Tribüne. Ne Quatsch. Auf dem Siegertreppchen. Geil. Feuer. Verkleiden Sie sich als Rennwart. Das ist ja... Oh, hier sind... Okay. Wo gehst du hin? Ich verfolge dich auf Tritt und Schritt. Ich bin unauffällig. Ich habe eine Sonnendolle auf. Du siehst mich nicht. Wie komm ich an den jetzt rein? Es gibt... Es gibt auch noch... Warte mal. Es gibt mehrere Stewards. Ich muss mich nicht als den verkleinen. Ich such mal... Ich such mal... Hier müssen noch irgendwo andere rumlungern. Hier gibt's mehr als genug. Jetzt... Mal gucken. Nein. Auf dem Hinweg habe ich noch aufgepasst. Jetzt haben Sie mich gefilzt. naja gut, ich bin ein unauffälliger Tourist, ne, ist ja egal ich verkleide mich sowieso gleich, wenn ich denn einen finde, verdammt nochmal ich weiß, wo welche stehen warte mal, M, ne, Karte hier, ne, das ist die Start- und Ziellinie wo bin ich? da bin ich, ich muss hier auf diese diese, ähm, Brücken wo auch diese, na sag's schon TV-Leute stehen, da sind auch welche ich weiß aber nicht, ob ich da reinkomme, das ist das Problem naja wir brauchen ja nicht unbedingt nen Renn-Squee-Wort äh, Renn-Wort, Entschuldigung wir können uns ja auch erstmal mit der Security anfreunden ich glaub, damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Zugangsrechte als jetzt lenken wir den erstmal ab was? ich hab ja mein Freund oh shit, ich muss mir noch beilen so äh verkleiden und ab dafür einmal bitte in den ins Fliegenhaus so nun sind wir Security jetzt komm ich, äh auf diesen Turm drauf sieht das eigentlich einer, wenn ich den jetzt hier sehe? jetzt hier einfach mal so überwältige so, jetzt habe ich ihn aber ganz geschickt so, ganz schnell umziehen der kommt nicht, ne oh, der steht dahin das ist gefährlich ich guck mal, ob ich ihn jetzt hier runter tragen kann an die Treppe so, jetzt auf zum, auf zum Ziel wird wie erwischt ich sollte also ich, also ich mein ich kann das nicht mehr machen Story Mission verpasst oh Gott okay so, it seems Sierra Knox has jumped on the revitalization bandwagon and is scheduled for an injection of some sort the doctor who is supposed to help her with the procedure is preoccupied with a patient who is unable to urinate curious situation 47 maybe you can speed things up es scheint, als würde Sierra Knox äh, auch bei diesem ganzen Revitalisierungswahl mitmachen für sie ist eine Art Injektion vorgesehen der Arzt, der sie behandeln soll ist mit einem Patienten beschäftigt der nicht urinieren kann eine kuriose Lage 47 vielleicht können sie etwas nachhelfen und wie stellen wir uns das jetzt vor? verkleiden sie sich als Sanitäter au, die lassen moin ich wurde bemerkt, na super die suchen mich das finde ich nicht gut ha, hallo guten Tag bin ich da die ist dahinter und die suchen mich noch haut mal ab jetzt da der eine stört mich ach so, warte mal ich kann nicht sagen schönen guten Tag ich müsste mal in das Lager dran ich bräuchte mal so ein paar ich bräuchte mal so ein paar Sachen und zwar ach guck mal, verkleiden ich könnte mich hier verkleiden das macht ja keinen Sinn soo ich hab Tabletten finden sie eine tödliche Spritze hier ist auch noch was brecheisen dann willst du mich jetzt verarschen ach jo herzliche Terminplan ja, Terminpläne sind immer gut ich weiß zwar nicht wofür aber man kann sie immer gebrauchen ich kann die Information einsehen der Terminplan ist laut dem Sierra Knox nach einem Termin und seltsamerweise scheint hier alles zu bespäten Arzttermin von Sierra Knox ja gut da sind wir ja gerade dran und jetzt komm ich auch hier in diesen Kasten dran mit dem Schlüssel den ich mir legalerweise besorgt habe und da ist die Spritze warum wir auch immer Giftspritzen hier haben ich weiß es nicht so und jetzt müssen wir ganz schleunig zum Arzttermin oh Gott der kennt mich was macht der dahin kann ich ihn jetzt einfach überwältigen ja Jesus H. Krutz war das knapp so den hängen wir da auf so also rein theoretisch haben wir da noch Platz für ein paar weitere ha 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 au hier kann ich äh äh hier kann ich was vergiften ich tu einfach mal rein keine Ahnung wer das Ding als nächstes kriegt alle tot alle tot sehr schön Frau Nox bitte die Notfallaufnahme Frau Nox bitte schönen guten Tag so dann nehmen sie bitte mal auf den Patientenstuhl Platz dann werden wir mit der Untersuchung mal beginnen machen sie sich mal bitte frei und wenn ich sage frei dann meine ich ganz frei hi hi alright doc whatever where'd you want me miss Nox come on in have a seat and relax so what's on the menu something that'll take care of this pidgeous pain in my neck I hope I promise once I'm done you won't feel a pain so what's in this thing anyway doc mostly floral extracts hemlock belladonna aquanite it's designed to be fast and efficient fast and efficient I like that wait belladonna isn't that poisonous yes should I be concerned I'm not just relax it'll be over soon oh ich darf arzt spielen so bitte ganz ruhig halten na wie geht es nie immer mehr rein immer mehr muss mir da muss da muss richtig rein wie gift fehlt moment vergift gift äh 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 okay äh 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 okay ich tue sie einfach auf Toilette da geht bestimmt keiner hin heute turboaufladung machen wir jetzt keine Ahnung was das ist aber machen wir jetzt dazu muss ich 160 Meter Richtung Nordwesten ach cool hier liegen Klamotten einfach so äh jetzt bin ich Event-Techniker naja ich glaube als Event-Techniker da komme ich noch habe ich noch weniger Chancen wo reinzukommen da laufe ich lieber als Arzt drum ich glaube das ist unauffälliger weil Ärzte kann man über aaa moin tschüss oh Gott nein die hat mich gefackt die hat mich gesehen die hat mich gesehen die hat mich gesehen äh ich bin nicht da so rennwart das finde ich gut oh ne Brechstange die nehme ich auch noch mit was haben wir hier noch nen Schlüssel cool cool und ein Pass ich werde verrückt ich werde verrückt und genau hier ist das Schmuggelobjekt jetzt habe ich meine Waffe endlich die ich wahrscheinlich nicht brauchen werde weil das ist ein bisschen auffällig aber jetzt habe ich meine schallgedämpfte Waffe und jetzt mache ich mich dann endgültig auf dem Weg zur Storymission jetzt muss ich allerdings ja boah was für eine Spannung hier die sind ja richtig schnell das könnten schon fast Elektroautos sein ja wobei dafür sind sie dann doch ein bisschen zu laut das muss ich trotzdem wenn wir auf der andere Seite da hinten ist die Tribüne beziehungsweise der Throm da muss ich drauf ich glaube das war zu weit ich habe ne ich brauche ne ich brauche ne Schlüssel ich werde hier noch bekloppt das muss auch anders gehen okay ich glaube ich bin dem Ziel recht nah Decke Story Mission auf jawoll Nox der Mechaniker Robert Nox stellt den Prototypen des RK Speed Mark III Rennwagen im Base Site Center aus er meldet sich allerdings gewissen er macht sich allerdings gewisse Sorgen um den Boliden und hat daher die Ingenieure im Base Site Center angewiesen sofort zu holen falls etwas mit dem Wagen ist wahrscheinlich will er dann selbst kommen und ihn reparieren das ist doch ganz klar wir müssen das Ding ganz schön und heimlich manipulieren damit er kommt um ihn zu reparieren und wenn er ihn reparieren will wird er sterben wie? das ist jetzt die große Frage also das ist der Kollege da der qualmt doch ein bisschen Schraubendreher fehlt ich werde weich jetzt muss ich ernsthaft einen verkackten Schraubendreher irgendwo finden wollt ihr mich verarschen ich kann da rein oh Gott das ist keine gute Idee geh raus sorry ich folge dem jetzt und dann bin ich nämlich aus der Sache raus ich gehe weg ich suche einen Schraubenzieher da liegt ein Schraubendreher da liegt ein Schraubendreher da liegt ein Schraubendreher jetzt muss ich ihn nur wieder raus finden so Versuch Nummer 2 ja hier noch ein bisschen da muss noch was weg oh die Schraube machen wir auch noch locker mal kaputt ja und wie eliminiert man den jetzt? macht das jetzt Krachbombschepper oder wie oder was? oh er kommt der müsste jetzt jeden Augenblick hinter dieser wunderschönen Wand hervor ach der ist über uns kommt der jetzt runter? oh jetzt rennt er jetzt rennt er jetzt hat das eilig da ist er so was passiert jetzt? ich geh mal äh schon mal in Sicherheit maybe that big äh ich brauche die AI natürlich die 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 ist doch die Mission abgeschlossen der lebt aber noch oh ich darf hier nicht lang oh Gott oh Gott oh Gott ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg tja ich hab keine Ahnung warum es nicht funktioniert hat da steht Story Mission abgeschlossen aber viel gebracht hat's nicht aber ich hab noch ne ich hab noch ein Ass im Ärmel es gibt da noch so einen Imbissstand wo er liebend gerne futtert so und jetzt muss ich den Mann aus Florida finden ich weiß natürlich wo der ist ganz still und heimlich hat gar keiner bemerkt zack und schauen wir in neue Verkleidung und der ist weg der Imbissschlüssel gehört nun auch mir das Gift hab ich scheiße hab ich Gift ja ich hab Gift hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht Ladies and Gentlemen der Imbissstand hat nun geöffnet für Sie bitte treten Sie näher und kosten Sie von diesen wunderbar leckeren Speisen äh was auch immer das ist bitteschön die Dame wie die will keiner da kommen Sie mal kommen Sie her kommen Sie ran eine Kugel für 5 Mark Sie auch schmeckt gut ne jetzt hauen Sie ab hier der Nächste bitte der Nächste bitte auch eine Kugel für Sie nicht ach so erst mal 5 Meter weg gehen und dann ach nö ich komm doch wieder ich hab doch Hunger bitteschön bedienen Sie sich vielen Dank macht 5 Mark keine Sorge ist nicht vergiftet ich weiß nicht wie ich darauf komme wollen Sie noch eine hier kommen Sie können es vertragen kommen Sie ran kommen Sie ran nochmal 5 Mark 2 Kugeln für 12 Mark Sonderangebot der Herr da die haben noch bestimmt Hunger jawohl gucken Sie mal ran 3 Stück für 30 Mark ja gute Entscheidung schmeckt wunderbar hat auch nur 1000 Kalorien das Stück und besteht eigentlich ausschließlich aus Zucker aber Zucker soll ja sehr gesund sein oh jetzt wird es ernst da oben ach das dauert noch bis er da ist na wollen Sie noch eine haben kommen Sie ran ich hab noch ein bisschen was ich hab aber keinen Kaffee mehr nehmen wir Wasser wollen Sie noch einen ich hab noch jede Menge da 2, 4 und da sind noch ganz viele verpackt schmeckt gut schmeckt gut nehmen Sie noch eine komm nehmen Sie noch eine jetzt oh Robert Knox kommt langsam näher letzte äh letzte Möglichkeit Unvergiftete zu erlangen gleich gibt es nur noch Vergiftete da kommt Robert Knox ich serviere jetzt keine mehr Sie gucken nicht ok Sie kriegen noch eine dich ignoriere ich weil ich hab keine Zeit mehr der kommt nämlich ich muss jetzt vergiften hau ab ich muss vergiften schau ab jetzt hier ja ist schön ich hab Druck da kommt der oh was ein Timing ja nehmen Sie den nehmen Sie den anderen auch noch und am besten noch eine dritte auf huch huch was ist denn jetzt passiert also ich weiß nicht das ist beim letzten Mal übrigens so nicht passiert da hat er nur gebrochen und da hatte ich glaube ich ein nicht tödliches Gift genommen da musste ich noch andere Sachen machen deswegen war das jetzt ein bisschen überraschend für mich aber das ist ja egal ich muss mich mal ganz still und heimlich verpieseln und dann nehme ich natürlich ne das geht nicht ich hab da nämlich keinen ich könnte jetzt über die Yacht da porno da brauche ich den Yachtschlüssel ich weiß nicht wo der ist deswegen muss ich einen ziemlich langen Weg laufen so und als der Mann aus Florida ist die Mission abgeschlossen es ist keiner gestorben außer die Ziele so wie es sein soll und falls euch das gefallen hat habt falls euch das gefallen hat lasst doch einen Kommentar da und einen Daumen nach oben und dann gucken wir mal dass wir beim nächsten Mal die nächste Mission nehmen die ich noch nicht kenne weil die kannte ich jetzt schon da haben wir jetzt alles war aber lustig wie immer bis zum nächsten Mal Tschüss